Wasenpferd Exspawn Also, ich wollt glaub ich da hinlaufen, oder? Ja, mit dem Pferd Das funktioniert immerhin Oh, wir bleiben näher, Schluss Hör mal zu, wa? Ach, da hinten ist das Ja, Gefängnis, ne? Wollen wir jetzt bei uns dann näher, ne? Jetzt haben wir wieder Glück mit dem, was da unterwegs ist Aber hinter uns waren Bomben und alles, ne? Also, da müssen wir aufpassen, mein Ass Schild Hunde vor uns Im Käfig, ich stehe nach links Ich auch, weil ich muss sie, äh, einflemmen Und nicht vergiften Und nicht vergiften Ich werde viel vergnügen Praktischerweise ist unser Bounty dahinter Und da ist jetzt die Runde Da ist er auch mal Runde Ach so, ah, Entschuldigung, ich hab nie gedacht Ich glaub, du hast erzählt aber noch, oder? Ja, der zählte Ja Weil du den letzten Schuss hattest In die Richtung, Richtung sind auch Runde, ne? Sie sind direkt in die Nähe, ne? Ja, sie sind Die Runde haben uns gesehen, ne? Geh, schnell Spezialmunition holen nee haben wir ein glück wieder geht aber noch schon schlechter ist ich hab Waben gehört hinter uns Oh, wieder eine Emo, warte. Hä? Komm her. Hast du das? Ja. Sitzt grad hier draußen im... Also Endziel ist in Seven Sisters im Westen. Also gute Schüsse herkommen. Bleib mal ruhig. Aber das ist der Scheiß Gegner. Wir können ja wechseln. Ach, sind... Dings... Sind... Wie heißt die Tiere nochmal? Enten. Also wenn wir wechseln wollen, müssen wir Richtung Norden. Müssen aber aufpassen dann. Wir sind stark, Digga. Wir sind stark, Digga. Wieder bei uns und dann näher, ne? Ja. Ja, das ist wo's Bounty ist. Wir sind stark, Digga. Ne? Ne? Ja, la? Puhh! Ne? 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 Ne?! Fast. Osten. Krähen Ich meine, hinter uns werden Krähen hochgegangen, aber Richtung Osten Aber die werden ja nicht eingebaut, die weglaufen, das ist eher unwahrscheinlich, wenn sie es einmal haben Der Käfig ist besetzt, das musst du also holen Hast du noch? Ich bin... Ja, ich geh holen Hab ich Ja, hatte gesagt, ich habe nur ein Bounty gewesen Hier, ich muss mich heilen Hab schon zwei Balken weg Ja, weiter Richtung Südosten Hier ist auf jeden Fall Dings Was Dings? Das Ah, super, jetzt kommt mir den Paket Freihouse-Sieferung Obwohl ich mich beeilt hab Okay, hier ist auch Wasserteufel, jetzt komme ich wieder auf das Wort Hier auch Da sind Enten Anscheinstelle Zwei Striche weg Ja, da geht mein letztes Medikpaket Oder ich nehme eine Spritze Ne, ich nehme ein Medikpaket Ach, leck mich doch Ne Dings Komm, tschüsse, ne Ich brauche noch ein Medik Ne, komm schon am Arsch, ne Losgenommen Ziel ist Sägewerk Da, wo die Schüsse herkommen Ja, wo die Schüsse herkommen Auch von rechts kommen Schüsse, ne Hier schon von Sägewerk Mhm Vermutbar, wir sind nicht alleine Okay Hast du vom Schuss her gehört? Da drinnen Da Ja Gerade runtergeklettert Ja Ich seh'n Ist hier unten gelaufen Ich hab' nix zu die Ferne, ich hab' ne gute Pistole Na süß, musst du übernehmen Okay, einer ist tot Wer ist oberhalb Kann über die, über den Zug gucken Hör auf zu schreien Links läuft einer, geht jetzt der Leiter hoch Oben War zu kurz Da Kann sein, dass er jetzt rum Bis rüber Da war der auf nach rechts Wieder links Um weiter ran zu kommen, damit ich schießt kann Ich war immer getroffen Er war ganz rechts, war der Ist auch einer, ne Ich häng' hier in so'n Spalt fest Also wieder Das war der mit weißen Klamotten Das war der richtige schon, ne War inzwischen anscheinend auch da Bist du da? Soll wir zusammen reingehen, oder? Mh, ja Auf deiner Seite? Ja Er ist hier auf jeden Fall, bewegt er sich Ich meine, du kannst auch auf die andere Seite gehen Versuchen rein zu gehen Aber Ich denke, es ist besser, wenn wir zusammen bleiben Ich bin immer noch nicht sicher, ob es ein oder zwei sind Was hat denn jetzt? Eine Bounty ist raus Ich mach auf Das ist auf jeden Fall über uns Zeit meiner zu sein Zeit meiner zu sein Ich bin ganz schön Ich bin ganz schön Ich bin ganz schön Schleller Wolle ich den? ja nimm wo liegt er denn irgendwo in der genau wo die offene fenster ist war die musik die ganze falle draufsetzen ich hab eine bärenfalle du hast das bin ich ich weiß nicht ob das funktioniert aber geh weg setzt hier oben an der treppe eine falle ja okay alle alle hier kann ich keine falle setzen aber ich selbst an der türe wo wir gerade gewesen sind der falle das ist klar für unsere ausgänge noch osten das hat von draußen durch die dachluke noch irgendwo in der falle setzen ich wüsste jetzt nicht wo du kannst höchstens doppelte fallen setzen halten ja ja Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 Hier im Südosten Hier im Südosten Scheiß Stelle Wer ist hier? Ja Wie viel hast du gesehen? Ja Ist auf jeden Fall noch einer Ja hier irgendwo Ist bei mir im Südosten Soll ich Feuer drauf setzen? Ja Okay, war weg Okay Haben sich zwei gefunden Ja he? Liegt da drauf oder was? Ne, der liegt hier vor der Rolltour Ja von draus Halt, da ist die Falle Ja, da komm ich nicht dran Okay Sonst muss ich Hier die Falle ist weg Okay Na, dieses Scheiß Fenster Die sie jetzt da eingebaut haben Die ist ätzend Aber keine Leider keine mehr Ja Wird da tatsächlich gerne Feuer drauf schmeißen Hat gedreht Der ist jetzt auf der Seite Ja Also Die Sonsten Die Die ist jetzt hier im nordwesten nur einer einer bis jetzt ja aber muss ja noch einer sein hat ja auf jemanden geschossen ich meine den anderen höre ich im südwesten und den gilt hast bei mir ist ja ich glaube das aufgestanden ist aufgestanden worden der schleich jetzt hier er kommt jetzt da rein jedoch nicht hat sich wieder anders überlegt bei mir ist gerade nichts ich weiß es gerade nicht ob hier ein oder zwei sind bei mir schleicht was vom süden ok er hat geguckt da ist bei mir am rolltor tot hat sein kollegen aufgehoben noch mal tot zwei stücke hat ne warte selber hat sich aufgestellt ich habe leider nichts zum anzünden geht nach oben einer da was über dir auf da ich dir nicht anbrutzeln kann wenn du nachher kommst kann ich brutzeln wenn er hört dass ich weg lauf dann steht er sich auf soll ich zu dir kommen ja ja musst geht nicht an was sag wenn du da bist das ist über uns sind hier noch noch bin ich sicher ich höre sie nicht für fensterläden aber keine schutte gut gut erwischt hast du hast du ne leider nicht aber er flüchtet grad muss nachladen willst du dir kommen ne haben noch ich würde gerne das tor wieder zu machen du musst die falle wegnehmen ne ich bin so reingekommen ne so einer liegt jetzt hier drinnen und wenn er jetzt nicht äh Schlange hat dann kommt er an den nicht dran ok pass auf ich setz soll ich da eine falle auf den draufsetzt ich hab mir eine falle ja der andere ist hier in der ecke kannst du ruhig aber der brutzelt doch eh nein ich meine hier auf den da ne brauchst du ja nicht sind ja zwei ne ne dann setz ich hin an der giftfalle von mir nochmal eine falle ja weil es kommen sollte aber mach erstes tor zu der ist schon zu ok so jetzt hoffe ich dass er weg ist er ist glaube ich hier an der tür komm mal hier ja er ist hier an der tür definitiv ja macht's auf ich werde zu machen nö lass sie kommen damit wir die sache erledigt haben ich habe das Gefühl er läuft über dir ich sehe es irgendwie wer läuft er ist da muss aus dem weg scheiße scheiße wo bist du ich lieg äh keine ahnung ich müsste da eigentlich irgendwo liegen er kann sich nicht aufstellen da lieg ich noch da ich mach zu wieso wir können weg ist keiner mehr da ist keiner mehr da ist keiner mehr da ich lade jetzt nochmal nach ich würd nochmal gucken soll ich gucken ich hab noch fünf ja ja klar ich sehe nix äh soll man schnell looten oder äh ja können wir machen ja stimmt eigentlich warum nicht der eine ist ja ausgebrannt da kannst du ja nicht mehr looten ja den kannst du noch looten hier den hatte ich schon weiß noch noch ost müssen wir ja er hat aber viel gefressen ne ja ja der hat echt viel gefressen der leck mich am Arsch und der hat auch drauf gehalten auf teufel komm raus weil er wusste ist seine letzte chance sonst sonst ist vorbei ich finde äh jetzt kann er der stelle der zuschauer der immer lästert übers schleichen so jetzt möchte ich die gleiche situation ohne schleichen mal haben im geist jetzt einfach mal vorstellen wie langweilig das wäre die ganze reihe ist eine ganze situation bei dem dass beide verteidigen geschwischen sind jeder versucht hat den anderen auszutricksen dem worauf der der mit der Du musst ja jetzt da sein. Na guck nur einmal. Nix gesehen. Hast du Spaß am Bogen? Hammer, ne? Ja, ja, der ist One-Shot. Klar. Hättest du nur den eben benutzt? Weil ich hab den dreimal getroffen. Ich hab den auch dreimal getroffen. Ich weiß nicht, wie der überleben konnte. Aber gut, du hast natürlich die Streuung auf der Entfernung bei einer Pampe, ne? Der war ja schon ein gutes Stück weg. Der war aber auch vergiftet von mir. Oh. Ja, der hätte das so oder so nicht überlebt. Ja, sag das mal nicht. Ja. Wir haben schon Situationen gehabt. Wir haben schon Situationen gehabt, wo ich gedacht hab, hm, das hätte er eigentlich nicht überleben dürfen, ne? Ja. Ja, hast recht. Ne? Ja. Ne? Du hast recht. Ja. Ja, sechs Kills. Das ist so eine nice Runde gewesen. So, das Duo. Einmal den ersten, den Dreier. Zweimal hab ich den Zweier ausgeschaltet. Dann ein Singlespieler, auch zweimal ich ausgeschaltet. Ja. Und noch einmal ein Singlespieler, der vorher das Bounty hatte, auch einen Kill. Jawohl. Das war eine glorreiche Runde. Ich hab richtig nice Kills gemacht. So soll es sein, so darf es bleiben. Ja, stimmt wohl. Da wir mal wieder Kohle kriegst, ne? Ja, genau. Ich bin jetzt über die Tausend, immerhin. Und ich krieg gerade jede Menge Freischaltung. So. Kann ich hier mal noch was im Buch freischalten? Das Buch ist doch leider so groß. Wo ist das denn? Warum muss man das jedes Mal durchblättern? Frage an den Programmierer. Warum? Ah, da ist es. Warum muss man hier nochmal nach unten scrollen? Das kann man nur einfacher machen. Warum gibt es für die ganze Arbeit da nur eine fucking Blutmarke? Hm. Damit end ich mal die Folge. Tschüss. Tschüss. Ich denke. hier. Untertitelung des ZDF, 2020